It's a classic. We call it a classica. So hat Franz Beckenbauer sich mal zum Fußballspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund beäußert und wollte damit sagen, das ist eine Partie in der Bundesliga, die traditionell besonders hohes Niveau und besonders große Spannung verspricht. Das ist nur eine Illustration dazu, in wie vielen verschiedenen Zusammenhängen man von Klassik und Klassikern spricht. Das Wort hat im Lateinischen zunächst mal die Bedeutung, dass es einen Bürger der ersten Steuerklasse bezeichnet, also sozusagen einen erstklassigen Bürger. Wir erinnern sich vielleicht daran, dass die Behinteilung in Steuerklassen für das Stimmrecht und deswegen für die politische Verfassung der Römischen Republik eine große Rolle gespielt hat. Erst in der Neuzeit hat man aus dieser primär finanziellen Erstklassigkeit die übertragene Bedeutung vorbildlich für Klassikus hergeleitet und danach eben von Klassikern und klassischen Epochen in den verschiedensten Bereichen gesprochen. Wenn wir über die juristische Klassik sprechen, sind Fußballspiele nicht die am naheliegendsten liegende Assoziationen, sondern die klassischen Epochen in anderen Bereichen der menschlichen Kultur. Vor allem in der Antike, da spricht man von der klassischen Phase der griechischen Kultur im 5. und 4. Jahrhundert, nach der archaischen Phase, bevor mit Alexander dem Großen und dem Hellenismus dann schon eine Epoche begann, die man im Vergleich zur Klassik als qualitativen Abfall betrachtet hat. In der römischen und lateinischen Kultur spricht man vom klassischen Latein in Bezug auf die Literatur und in Bezug auf die Werke von Cäsar und Cicero und dann noch die frühe Kaiserzeit. In der Musik denkt man eher an neuere Zeiten, nämlich an die Wiener Klassik, an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert mit den Werken von Heiden, Mozart und Beethoven. Und in der Literatur ist in etwa dieselbe Epoche die klassische Epoche der deutschen Literatur mit Schiller und Goethe. Die klassische römische Rechtswissenschaft gehört natürlich auch noch in die Antike, aber sie liegt deutlich später als die klassische Epoche der griechischen Kultur und auch etwas später als die Epoche der römischen Literatur. Die römische Rechtswissenschaft hat ihre klassische Phase zu Beginn des Prinzipats und dann bis etwa in das erste Drittel des dritten Jahrhunderts nach Christus. Das würde man zur klassischen Epoche der römischen Literatur schon nicht mehr rechnen. Was macht nun Werke der Rechtswissenschaft klassisch? Sicher nicht die Spannung wie beim Fußballspiel, aber eben die vorbildliche Qualität. Der bedeutende Gründervater der antiken Kunstgeschichte, Johann Joachim Winkelmann, selber ein älterer Zeitgenosse von Goethe und insofern im Umfeld der Weimarer Klassik angesiedelt hat, für die antike Kultur davon gesprochen, dass Kennzeichen für die antike Kunst edle Einfalt und stille Größe sei. Das hat zu tun mit der Vorstellung, dass einem klassischen Werk jede Übertreibung, alles Überdrehte fremd ist. Und das kann man vielleicht auch von den Werken der Rechtswissenschaft sagen. Typisch für die klassischen Juristen ist ein ganz nüchterner, sachlicher Stil. Und typisch ist auch, dass alle klassischen Juristen sich in der Art, wie sie schreiben, wie sie Rechtsprobleme darstellen und durchdenken, recht ähnlich sind. Der deutsche Jurist Savigny selber, auch in seiner Art ein Klassiker, hat davon gesprochen, die römischen Juristen seien fungible Persönlichkeiten. Sie seien also so austauschbar wie vertretbare Sachen im Sinne von 91 BGB, einer wie der andere. Das wird den Juristen nach den Erkenntnissen der neueren Forschung nicht gerecht. Man kann durchaus individuelle Züge wahrnehmen. Aber sie nehmen sich in ihrem wissenschaftlichen Schreiben sehr zurück. Sie schreiben streng juristisch, streng wissenschaftlich. Und das gehört durchaus zum vorbildlichen Charakter ihres Werks dazu. Vor allem aber muss man auch sagen, dass die juristische Literatur in keiner anderen Epoche so fruchtbar war. Es gibt einfach enorm viele Werke der Klassik. Es gab offenbar vorher und allemal nachher nicht in gleichem Umfang talentierte Juristen, die auch Zeit und Muße hatten, sich zu schwierigen Rechtsproblemen zu äußern. Für die Vorklassik ist das Bild allerdings dadurch verzerrt, dass viele vorklassische juristische Werke nicht erhalten geblieben sind. Juristische Texte sind Gebrauchstexte und das bedeutet, sie wurden in der Antike, als man Bücher, damit sie erhalten blieben, mühsam abschreiben musste, nicht mehr abgeschrieben, wenn sie nicht mehr aktuell waren. Nachdem also die vorklassischen Werke überholt waren, wurden sie nicht mehr abgeschrieben und sind deswegen heute zu einem großen Teil verloren. Nach der klassischen Zeit kam es nicht so, denn es kamen schlicht keine vergleichbar produktiven Juristen nach und deswegen sind auch die klassischen Werke in großem Umfang erhalten geblieben. Also die klassische Zeit war eine Zeit, wo sehr viel geschrieben wurde und wo auf hohem Niveau geschrieben wurde. Das jedenfalls kann man nach dem, was wir von den klassischen Werken kennen, sagen. Wir haben eine ausgefeilte, ausgefaltete Kunstsprache, die für jeden rechtlichen Sachverhalt die richtigen Griffe hat und deswegen auch komplexe Sachverhalte durchdenken kann, weil man sie begrifflich erfassen kann. Und man kann auch wahrnehmen, dass es bei den klassischen Juristen sowas wie ein inneres System gibt. Inneres System deswegen, weil es nicht in der Gliederung der Werke zum Ausdruck kommt. Anders als heute wird also die Systematik bei den meisten Juristen nicht benutzt, um die Werke möglichst übersichtlich zu gliedern. Einen Anlauf zu einer übersichtlichen Gliederung auf der Grundlage eines Rechtssystems haben wir bei dem Juristen Gaius in seinem Lehrbuch. Das ist ja schon verschiedentlich erwähnt worden. Auch das stammt aus der Klassik. Damit ist Gaius aber unter den klassischen Juristen eher eine Außenseite. Die großen klassischen Juristen gliedern ihre Werke recht locker, nicht nach einem ausgefeilten System. Aber man merkt, dass sie bestimmte Grundsätze haben, denen sie folgen und dass ihre Entscheidungen auch zusammenpassen. Insofern spricht man von einem inneren System. Innerhalb der einzelnen Werke und auch innerhalb aller klassischen Juristen. Es gibt zwar Kontroversen unter den Klassikern, Meinungsstreite, sonst wären sie ja keine Juristen. Aber es gibt eben auch viele Gemeinsamkeiten und offenbar ein Gespür oder eben auch Kenntnisse, die dafür sorgen, dass man, obwohl man relativ unsystematisch gliedert, doch immer entlang derselben Grundsätze entscheidet. Weil so viel geschrieben wird, kann man eben auch alle Details durchdenken. Alles wird kommentiert, alle Aspekte der Rechtsordnung sehr ausführlich und bis hin zu den entlegensten Sonderfällen durchdacht. Und das Ganze wird eben in großen Kommentaren oder auch Monografien, also Abhandlungen zu einem einzelnen Thema, niedergelegt. Die klassische Zeit ist die Zeit der Perfektionierung, des Durchdenkens des gesamten Rechtsstoffs. Es ist nicht die Zeit der großen Innovationen. Die war schon vorher. Die größten Schritte hin zu einer ausgefeilten Rechtsordnung haben schon die sogenannten Vorklassiker, die Rechtswissenschaftler insbesondere des ersten Jahrhunderts vor Christus getan. Und die Klassiker konnten darauf aufbauen, die großen Innovationen, kommen nicht aus der Klassik. Damit ist schon die wichtigste Vorbedingung oder Rahmenbedingung für die klassische Zeit genannt. Das sind eben die Vorarbeiten der Vorklassiker. Die haben eine Rechtswissenschaft geschaffen, etwa ab Beginn des dritten Jahrhunderts vor Christus und vor allem dann im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus. Die haben insbesondere auch den Formularprozess geprägt, also dieses relativ flexible Verfahren, das auf der Grundlage der Klageformeln funktioniert, die der Prätor dem ad hoc bestimmten Richter mitgibt. Und dieser Rahmen der Rechtswissenschaft und auch des Formularverfahrens, von dem ja das ganze Privatrecht geprägt ist, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die klassischen Juristen dann die Feinheiten ausarbeiten können. Dass sie dazu Zeit und Muße haben, liegt auch darin, dass die klassische Zeit zusammenfällt mit einer Zeit großer politischer Stabilität in der frühen Kaiserzeit. Augustus hat die Bürgerkriege beendet und damit etwas stabilere Zeiten geschaffen. Und vor allem gelingt es dann im zweiten Jahrhundert nach Christus für lange Zeit, die Verhältnisse ausgesprochen ruhig zu halten durch das sogenannte Adoptivkaisertum. Ein Problem der Verfassungsordnung des Prinzipats, das Augustus nicht gelöst hat, besteht in der Nachfolgeregelung. Dieses seltsame Nebeneinander von Monarchie oder auch Militärdiktatur und Resten der alten Republik lässt keine Regel erkennen, wie der Kaiser seinen Nachfolger bestimmt. Da es sich nicht um eine reine Monarchie handelt, wäre es nicht angängig, ein echtes Erbrecht zu installieren, also eine dynastische Erbfolge, wo immer der älteste Sohn Kaiser wird oder dergleichen. Eine Wahl, wie in der Republik früher, funktioniert auch nicht mehr. Über längere Zeit gelingt es dann, dass der jeweilige Kaiser einen Nachfolger designiert und als Adoptivsohn adoptiert. Da werden also nicht leibliche Kinder mit der Nachfolge betraut, sondern es wird immer ein fähiger Mann ausgesucht und dann vom Kaiser adoptiert und zu Lebzeiten des früheren Kaisers auf seine Amtszeit vorbereitet. Das funktioniert eine ganze Weile ganz gut, von dem Kaiser Nerva gegen Ende des ersten Jahrhunderts vor Christus bis hin zum Kaiser Marc Aurel gegen Ende des zweiten Jahrhunderts. Und in dieser Zeit kommt eben auch die Rechtswissenschaft in ihre höchste Blüte. Sie profitiert nicht nur von den stabilen politischen Verhältnissen, sondern auch von gezielter Förderung durch die Kaiser. Die Kaiser zeichnen einzelne Juristen dadurch aus, dass sie ihnen das Recht der Gutachtenerteilung in der Öffentlichkeit oder in öffentlichem Auftrag verleihen. Was ganz genau mit diesem Privileg verbunden ist, weiß man nicht. Offenbar ist es so, dass auch andere Juristen Gutachten erteilen können, aber die Gutachten dieser sogenannten Respondierjuristen, die vom Kaiser privilegiert sind, haben besonderes Gewicht. Es ist wohl so, dass diese Gutachten als mit der Autorität des Kaisers erstattet angesehen werden und deswegen auch vor Gericht, durch das Gericht zu befolgen sind. Neben dieser Heraushebung prominenter Juristen bedienen sich die Kaiser auch der Dienste der Juristen, indem sie sie in ihren Rat aufnehmen, ihr Konsilium. Das wissen wir von vielen Juristen, dass sie die Kaiser in Rechtsfragen beraten haben. Und viele Juristen haben auch Ämter in der kaiserlichen Verwaltung innegehabt. Sie erinnern sich, in der letzten Stunde haben wir darüber gesprochen, wie im Prinzip hat die Kaiser sich einen Verwaltungsapparat erst schaffen, den die Republik so nicht hatte. Und da kommen häufig Juristen zum Einsatz. Wenn wir uns den Zeitablauf etwas genauer ansehen, nochmal, die juristische Epoche, die klassische Epoche beginnt 27 vor Christus mit dem Herrschaftsantritt des Augustus und erstreckt sich dann bis ins dritte Jahrhundert. Sie liegt damit später als die klassische Epoche der lateinischen Literatur und der lateinischen Sprache. Und das heißt eben, manche juristischen Klassiker schreiben kein im engsten Sinne klassisches Latein mehr. Sie gehören nicht zur literarischen Klassik. Das Ende kommt mit dem Ende der sogenannten severischen Dynastie mit dem Kaiser Alexander Severus, mit dessen Tod. Es ist nicht unbedingt direkt damit verbunden, allerdings endet spätestens mit dieser severischen Dynastie die stabile Epoche der Kaiserzeit. Das Adoptivkaiserton ist schon vorher zum Erliegen gekommen. Es kommt dann eine längere Zeit, in der die Kaiser immer aus der Verwandtschaft rekrutiert werden. Und das endet mit diesem Kaiser Alexander Severus. Und daran schließt sich politisch eine Epoche an, die wir als die Zeit der Soldatenkaiser zeichnen. Sie zählt noch zum Prinzipat, aber es werden ständig wechselnde Kaiser gestützt auf ihre Machtbasis in den Truppen, für kurze Zeit auf den Schild gehoben und verlieren die Macht dann wieder. Das endet erst mit dem Regierungsantritt des Diokletian. Damit lässt man politisch die Epoche des Dominats beginnen. Diese Krisenzeit der Soldatenkaiser ist aber offenbar keine günstige Zeit mehr für feinsinnige, feingesponnene juristische Erörterungen. Denn der Strom der talentierten Juristen, die auch Werke publizieren, reißt, wie schon erwähnt, plötzlich ab. Man weiß nicht genau wann. Die letzten Juristen haben wohl noch etwas länger gelebt als der Kaiser Alexander Severus. Aber irgendwann, bald nach 235, sterben die letzten literarisch tätigen Juristen. Und es kommt nichts nach. Es kommt keine neue Generation von Juristen, die sie in gleicher Weise betätigen. Und damit ist die klassische Zeit zu Ende. Diese Epoche von Augustus bis zum ersten Drittel des dritten Jahrhunderts kann man in drei Unterepochen einteilen. Die beste Zeit, eben die Zeit der Adoptivkaiser, die nennt man auch die Hochklassik. Davor gibt es logischerweise eine Frühklassik und danach eine Spätklassik. Die Frühklassik zählt man von Augustus bis Nomician. Ist politisch gesehen die Zeit des sogenannten julisch-claudischen Kaiserhauses. Also eines Kaiserhauses, das als Verwandten des Augustus sich rekrutiert. Und die Spätklassik beginnt damit, dass der Kaiser Marc Aurel keinen Adoptiv-Nachfolger ernennt, sondern seinen leiblichen Sohn Commodus. Und er streckt sich dann über diese Severa-Dynastie, die auch wieder zu einer dynastischen, auf Verwandtschaft beruhenden Erbfolge zurückkehren bis eben zu Alexander Severus. Wir werden uns jetzt ein paar Juristen mit ihrem Lebenslauf näher ansehen. Das führt dazu, dass ich Ihnen ein paar Namen und Daten an den Kopf werfe. Es handelt sich eben insgesamt um eine kleine Zahl von Juristen, deren Namen man sich merken darf und merken sollte. Und deren Wirken auch charakteristisch ist für die Epoche, in der sie gelebt haben. Und die uns auch ziemlich häufig in den Quellen begegnen. Fangen wir an mit zwei Vertretern der Frühklassik. Der erste wäre Marcus Antistius Labio. Antistius Labio ist uns durch einige Bruchstücke seines Werks, die uns überliefert sind, bekannt. Von späteren Juristen ist mehr vorhanden. Auch für ihn gilt noch, dass seine Werke aus einer relativ frühen Zeit kommen und deshalb später überholt waren und nicht mehr so oft abgeschrieben wurden, möglicherweise. Er ist uns aber trotzdem bekannt als Schöpfer zahlreicher treffender Definitionen, die später noch zitiert und weiterhin verwendet wurden. Politisch war seine Laufbahn weniger erfolgreich, weil er mit dem Kaiser Augustus überkreuzt war. Er gehörte zur senatorischen Oberschicht und hat also die Ämterlaufbahn, wie sie auch schon in der Zeit der Republik üblich war, durchlaufen. Er kam aber nur bis zur Prätur. Seine Gegnerschaft zum Kaiser hat ihm das Erreichen des Konsulats in der augustäischen Zeit unmöglich gemacht. Wichtig ist er für uns auch als Mitbegründer einer der beiden Rechtsschulen, die es in der Kaiserzeit gab. Das ist schon zur Sprache gekommen, als wir über die Entstehung der römischen Rechtswissenschaft gesprochen haben, dass in der Kaiserzeit Rechtsschulen, zwei Stück, nach dem Vorbild der griechischen Philosophenschulen entstanden sind. Das sind nicht reine Lehreinrichtungen, sondern Zusammenschlüsse von gleichgesinnten Wissenschaftlern, in diesem Fall also Juristen. Es gab wohl auch einen organisierten Unterricht für jüngere Mitglieder. Vor allem aber konnten die Jungen von den älteren Mitgliedern und vor allem von den Schulhäuptern lernen. Man war auch verbunden dadurch, dass man die Rechtsansichten der Schulhäupter und Schulmitglieder in Ehren hielt und sich daran hielt, an diesen Lehren festhielt. Inwieweit mit den Schulen auch konkrete philosophische Grundüberzeugungen verbunden waren, ist streitig. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass insgesamt umstritten ist, in welchem Umfang sich konkrete philosophische Impulse in der römischen Rechtswissenschaft finden lassen. Und dass es die Auffassung gibt, dass insbesondere die Skeptische Akademie und die Stoar ihre Spuren hinterlassen haben. Und nach dieser Auffassung lebt in der römischen Rechtsschule, die von Labio begründet wurde, vor allem der philosophische Einfluss der Skeptischen Akademie. Werfen wir deshalb noch einen Blick auf den Gegenspieler des Labio, Masurius Sabinus, der zu den Gründern der konkurrierenden Rechtsschule der Sabinianer gehört, die stärker von der stoischen Philosophie beeinflusst gewesen sein könnten. Sabinus war kein Senator, er stammte nicht mal aus dem Ritterstand, sondern ist erst mit 50 Jahren in diesen Ritterstand gelangt, hat deswegen auch keine große Ämterlaufbahn durchlaufen. Er ist wichtig vor allem durch seine Juris Civilis Libri Tres, eine Gesamtdarstellung des Jus Civile, die als solche allerdings gar nicht erhalten ist, aber die Vorlage für umfangreiche Kommentare in der Spätklassik Rot. Da hat man also dieses Werk des Masurius Sabinus aufgegriffen, die darin enthaltenen Rechtsfragen ausführlicher erläutert in Form eines Kommentars. Und von diesen Kommentaren sind große Stücke in den Digesten überliefert, insofern wahrscheinlich indirekt auch Gedankengut des Masurius Sabinus. Damit gehen wir schon hinüber in die Zeit der Klassik und schauen uns zunächst mal Publius Juventius Celsus oder Celsus an, das Oberhaupt der prokulianischen Rechtsschule, die Labio begründet hatte in der hochklassischen Zeit. Für Celsus geht insbesondere, dass er nicht zum Bild einer fungiblen Persönlichkeit passt, dass er also alles andere als ein unauffälliger, austauschbarer Charakter war, sondern offenbar eine sehr temperamentvolle Gestalt. Das sieht man unter anderem an der überlieferten Antwort auf eine Gutachtenanfrage, die er auch so publiziert hat, in der er eben dem Anfragenden vorwurft, er sei offenbar zu dumm und stelle deswegen eine unbrauchbare Frage. Er ist auch bekannt als Schöpfer der schönen Definition des Rechts, als der Ars Boni et Elqui, der Kunst des Guten und Angemessenen oder der Kunst des Guten und Gerechten. Und als Schöpfer einer Regel, die sich sozusagen eins zu eins im bürgerlichen Gesetzbuch wiederfindet, und zwar in einem Paragrafen, der relativ neu ist, der gar nicht zum Urbestand des BGB gehörte, nämlich in den Regelungen zur allgemeinen Geschäftsbedingungen, finden wir Paragraf 305c, Absatz 2, der sagt, dass allgemeine Geschäftsbedingungen gegen den Verwender auszulegen sind. Und das geht unmittelbar zurück auf eine Äußerung des Zelsus, der natürlich das nicht für allgemeine Geschäftsbedingungen im modernen Sinn gesagt hat, aber für das förmliche Schuldversprechen der Stipulatio. Bei der Stipulation war das Verfahren so, dass die Vertragsbedingungen vom künftigen Gläubiger der Schuld formuliert wurden und der Schuldner dazu nur Ja sagen konnte. Insofern gibt er den Text ähnlich wie bei AGB der Verwender, eben der Gläubiger, vor. Und für diesen Fall hatte Labio schon die Lehre entwickelt, dass der, der den Text formuliert hat, es sich gefallen lassen muss, wenn er gegen ihn, gegen seine Interessen ausgelöst wird. Er hätte ihn ja klarer zu seinen Gunsten formulieren können. Und ebenso verfahren wir heute bei AGB. Der zweite hochklassische Jurist, den ich vorstellen möchte, ist Servius Julianus. Auch wieder das Pendant der Gegenspieler des Zelsus, nämlich das Oberhaupt der sabinianischen Rechtsschule. Und hier wird zum ersten Mal deutlich, was ich schon erwähnt hatte, die Nähe der klassischen, vor allem hochklassischen Juristen zum Kaiserhof. Servius Julianus hat für den Kaiser Hadrian die Endredaktion des prätorischen Edikts besorgt, hat also das Edikt, das bis dahin von jedem Prätor neu für seine Amtszeit verkündet wurde, in eine endgültige Fassung gebracht, die dann ein für allemal festgelegt wurde. Es war zum einen eine große juristische Leistung an einem Basistext des römischen Rechts, diesem Edikt, das so wichtig ist für den Formularprozess, das die Lageformeln als Muster enthält. Und andererseits war das auch ein Stück Mitarbeit an einer Machtverlagerung von dem republikanischen Magistrat, dem Prätor, auf den Kaiser. Bis dahin hatte noch der Prätor die Freiheit, sein Edikt selbst zu verändern. Nun war es ein für allemal vorgeschrieben vom Kaiser. Im Dienst des Kaisers war er auch als Stadthalter der Provinz Germania Inferior, also Niedergermanie, im Dienst ist in Köln. Er war also sozusagen im heutigen Deutschland tätig. Allerdings war er nicht Stadthalter als eigenem Recht, sondern er war gewissermaßen nur Stellvertreter des Kaisers. Wir haben in der letzten Stunde über die Provinzverwaltung im Kaiserreich im Prinzipat gesprochen und gesehen, dass die Provinzen teilweise weiterhin, wie in der Republik, von Stadthaltern, die zuvor Magistrate in Rom gewesen waren, verwaltet wurden. Zum Teil war aber auch der Kaiser der Stadthalter, hatte auch das Oberkommando über die Truppen und ließ sich dann in den einzelnen Provinzen durch Legaten, Gesandte vertreten, die er sozusagen an der kurzen Leine führen konnte. Und ein solcher Legatus Augusti, Gesandter des Kaisers, der ihn in seiner Funktion als Stadthalter in dieser Provinz vertritt, war Julian. Seine größte wissenschaftliche Leistung sind seine Digesten, eine Sammlung von Fallentscheidungen, von Gutachten, die als qualitativ den Höhepunkt der römischen Jurisprudenz bildend angesehen wird, zum Beispiel von Fritz Schulz. Damit konkurriert Julian mit einem spätklassischen Juristen, zu dem wir jetzt kommen. Das ist Emilius Papinianus. Ich habe hier die Statue, die eben schon mal zu sehen war, nochmal gezeigt, diesmal als Teil eines Plakats, das wir für eine Veranstaltung vor einigen Jahren hergestellt hatten. Bei dieser Veranstaltung haben wir Teile der Tragödie des deutschen Barockdichters Andreas Grüfius vorgeführt, die um das Schicksal des Papinian sich dreht. Warum schreibt ein Barockdichter eine Tragödie über einen römischen Rechtsgelehrten? Nun deswegen, weil Papinian als eine Art juristischer Märtyrer und deswegen als eine besonders vorbildliche Gestalt galt. Es wird angenommen, dass er in seiner Funktion als Prefectus Praetorio, Praetorianer Kommandant, hoher Verwaltungsbeamter des Kaisers Antoninus Caracalla, sich geweigert hat, den Mord des Caracalla an seinem Bruder und Mitherscher zu rechtfertigen juristisch und dafür selbst zum Tode verurteilt wurde. Papinian soll also unmittelbar vor dieser Alternative Unrechtsprechende oder Unrechtleiden gestanden haben und sich dafür entschieden haben, selbst lieber Unrecht verurteilt zu werden, als Unrecht zu sprechen. Dafür war er sehr populär, aber auch für sein juristisches Werk, das insbesondere aus seinen Questionen, Verortung schwieriger Rechtsfragen und Responsengutachten besteht. Das gilt als besonders schwere Lektüre, aber auch als besonders genial. Ein Beispiel für eine Rechtsäußerung des Papinianen ist auf dem Arbeitsblatt und Gegenstand der Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe zur heutigen Stunde. Wir sehen am Schicksal des Papinianen aber auch wieder die Nähe zum Kaiserhof, die ihn eben hier in eine hohe Position führt, aber dann auch seinen Tod verursacht. Der zweite spätklassische Jurist, den ich vorstellen möchte, ist Ulpian. Den sollten Sie schon deswegen sich merken, weil er Ihnen am allerhäufigsten von allen römischen Juristen gegnen wird. Ein Drittel der überlieferten Texte in den Digesten Justinians stammen von Ulpian. Er hat enorm viel geschrieben, unter anderem einen großen Kommentar zum Edikt des Prätors, also zu dem Text, der in der Endredaktion Julian-Vorlag und zu den Libri Juris Kevilis von Sabinus, die wir vorhin erwähnt hatten. Beides enorm umfangreiche Kommentare. Diese Bücher meinen Buchrollen, wie sie in der Antike üblich waren, also einmal 83 Rollen, einmal 51. Und wie Papinian, dessen Mitarbeiter und Schüler Ulpian eine Weile war, ist auch Ulpian zum Prefectus Praetorio aufgestiegen, also zum Kommandanten der Kaiserlichen Leibgarde mit umfangreicher Verwaltungsverantwortlichkeit, letztlich eine Art Stellvertreter des Kaisers. Als militärischer Kommandeur hat er allerdings keine so glückliche Figur gemacht und ist vor den Augen des Kaisers Severus Alexander von meuternden Truppen ermordet worden. Der jüngste der spätklassischen Juristen, die ich vorstellen möchte, ist Paulus. Sein Lebenslauf ist ganz ähnlich wie der von Ulpian. Auch er war wohl ein Mitarbeiter und vielleicht auch Schüler des Papinian. Er hat noch mehr als Ulpian geschrieben, nach dem, was wir wissen, über 300 Buchrollen. Auch einen umfangreichen Ediktskommentar. Allerdings ist nicht ganz so viel von seinen Werken in den Digesten Justinians verwendet worden, sodass wir nicht ganz so viele Texte von ihm haben. Und er ist gegen 230 gestorben, war also noch bis gegen Ende der Regierungszeit von Severus Alexander tätig. So viel zu diesen Juristen-Namen, die sie sich merken sollten. Was das Besondere an der klassischen Rechtswissenschaft ist, was auch die Beschäftigung damit so faszinierend macht, kann man eigentlich nur lernen, wenn man selbst in Texte hineinschaut. Deswegen eben ein Text von Papinian als Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe. Das ist ein wirklich schwieriger Text. Nicht etwas, was ich etwa in einer Klausur Ihnen vorlegen würde, aber es wäre schön, wenn Sie mal versuchen würden, den Sinn dieses Textes zu erfassen. Ein paar Hinweise sehen Sie hier auf der Folie. Wir schauen zum Abschluss noch auf die wichtigsten rechtlichen Entwicklungen der klassischen Zeit. Ich hatte schon gesagt, die ganz großen Innovationen kommen schon aus der Vorklassik. Außerdem werden wir einiges in den nächsten Einheiten über die Entwicklung des Prozessrechts und auch des Erbrechts noch hören. Deswegen hier noch ein paar Hinweise. Das eigentliche Amtsrecht, also die Rechtsfortbildung durch den Präter in seinem Edikt, kommt ja zum Erliegen. Das ist eine wesentliche Entwicklung, die die klassischen Juristen mit ihrer Ediktsredaktion durch Julian selbst verursachen. Auch der Formularprozess, der hier eine Grundlage der Rechtsentwicklung bis dahin war, verschwindet allmählich. Er hat ja seine Grundlage im Edikt, das wird auch noch praktiziert, aber allmählich tritt eine neue Prozessform in den Vordergrund, die sogenannte Cognitio Extraordinem, die auch ein Pendant im Strafrecht hat, was im Strafrecht die alten Schurgerichtshöfe, die sogenannten Questionis Perpetuae, verdrängt. Diese neue Prozessform kommt ohne einen ad hoc ernannten Richter aus, damit auch ohne Klageformeln. Insgesamt wird damit das Verfahren noch flexibler. Es verliert aber auch die Konturen und die festen Strukturen, von denen das klassische Recht noch ausgegangen war. Ein weiterer Punkt ist die zunehmende Ausbau der kaiserlichen Verwaltung. Das führt zu Effizienz, aber auch zu einer zunehmenden Bürokratisierung, sodass gewissermaßen Verwaltungsrecht als ein neues Rechtsgebiet steht und das Privatrecht, das bisher ganz im Vordergrund stand, an Stellenwert verliert. Schließlich ein wichtiger Vorgang für die weitere Rechtsentwicklung ist die Verleihung des Bürgerrechts an alle freien Reichsbewohner durch den Kaiser Antoninus Caracalla. Das ist der, der Kabinian hat hinrichten lassen. Vielleicht war Ulpian an dieser Maßnahme beteiligt. Das ist zunächst mal ein positiver Schritt. Die Römer, die bis dahin mit ihrem Bürgerrecht sehr geistig waren und viele der unterworfenen Völker als Peregrine, als Fremde in ihrem Reich haben leben lassen, verleihen jetzt allen, die keine Sklaven sind, das Bürgerrecht. Das bedeutet aber zugleich, dass eine weitere Grundstruktur des römischen Rechts, nämlich die Unterscheidung zwischen Bürgern, auf die das ganze römische Recht anwendbar ist, Nichtbürgern, auf die das eigentliche Jus Kivile gar nicht anwendbar ist, wegfällt. Diese Entwicklungen sind also weniger Neuerungen, die die klassischen Juristen sich ausgedacht haben. Es sind Veränderungen der Grundprinzipien der Rechtsordnung, die das klassische Recht prägen und letztlich auch dazu beitragen, dass die Epoche der Klassik zu Ende geht, weil die Strukturen, von denen die klassische Jurisprudenz ausging, wegbrechen. Das soll als kurzer Überblick über das klassische Recht genügen. Noch einmal, was das Klassische daran ist, was das Recht so faszinierend und vorbildlich macht, sieht man nur im Detail. Damit werden wir uns unter anderem beschäftigen, wenn wir in der nächsten Woche dann über das römische Erbrecht sprechen. Für heute, vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017